Ist Hedera Hashgraph ein schlafener Riese? Wir sprechen über einige wichtige Partnerschaften, über den aktuellen Preis und über das, was in der Theorie möglich ist. Von daher bleibt gerne bis zum Ende des Videos dran. Bevor wir über wichtige Partnerschaften von Hedera Hashgraph sprechen, sollten wir darüber sprechen, was Hedera Hashgraph eigentlich ist. Hedera ist das meistgenutzte, nachhaltige, öffentliche Netzwerk für dezentralisierte Wirtschaft. Das ist Privatpersonen und Unternehmen ermöglicht, leistungsstarke, dezentralisierte Anwendungen, also die Apps zu erstellen. Es wurde als faires, effizientes System entwickelt, das einige der Einschränkungen älterer Blockchain-basierter Plattformen wie langsame Leistung und Instabilität beseitigt. Hedera Hashgraph ist ein Layer 1 Netzwerk, das von Lehman Baird, einem Top-Informatiker in der Kryptobranche, ins Leben gerufen wurde. Baird ist bekannt für die Entwicklung der Hashgraph-Technologie, die das Netzwerk von Hedera antreibt. Es verwendet auch eine Technologie, die als asynchrone byzantinische Fehlertoleranz bekannt ist. Und dabei handelt es sich um einen wichtigen Ansatz, bei dem sich Blockchain-Nutzer auf eine Strategie einigen müssen, um Manipulationen im Netzwerk zu verhindern. Und ABFT ist deutlich fortschrittlicher als BFT, da es die Annahme erlaubt, dass es einen maximalen Schwellwert für die Nachrichtenlatenz gibt, wenn ein Konsens erzielt wird. Außerdem arbeitet Hedera Hashgraph dank dieser Technologie wesentlich schneller als alle anderen Layer 1 Netzwerke, wie zum Beispiel ETH oder auch die BNB-Chain. Hedera gilt als schlafener Riese der Kryptobranche. Und das hat auch einen ganz gravierenden Grund. Da geht es nicht nur um den Preis, der gerade ja bei 6 Cent aktuell liegt und aktuell vom All-Time-High massiv entfernt ist, denn das All-Time-High lag mal bei weit über 50 Cent. Und mittlerweile sprechen wir hier lediglich von ungefähr 6 Cent, wobei wir in den letzten 24 Stunden nochmal eine positive Bewegung von über 10 Prozent gesehen haben. Wir sehen außerdem eine Marktkapitalisierung von 1,6 Milliarden US-Dollar und wir sehen hier aufgrund dieser Marktkapitalisierung einen soliden 36. Platz mit einer Menge Potenzial. Alleine auf der Watchlist haben über 500.000 verschiedene Investoren diesen Coin, denn er ist nun mal ein schlafener Riese. Das Spannende ist nämlich daran, dass zwar nicht wirklich viele Anleger das Unternehmen bzw. den Coin kennen, aber es gibt glücklicherweise genug globale Unternehmen, die das Unternehmen kennen. Es gibt hier ein wunderbares Beispiel und zwar ist das der Asset Manager ABRDN. Und das ist ein Schwergewicht. Ich glaube, so kann man das am besten beschreiben. Es ist einer der größten Finanzdienstleister, die es auf diesem Planeten gibt. Mittlerweile werden über 500 Milliarden Dollar von diesem Unternehmen verwaltet. Die haben über 5000 Mitarbeiter und es ist wirklich ein gigantisches Unternehmen, das weltweit positioniert ist. Und spannenderweise arbeitet das Unternehmen mit Hedera Hashgraph zusammen, um die Tokenisierung von Vermögenswerten realisieren zu können. Das ist aber nicht das einzige Beispiel, wie Hedera Hashgraph es hinbekommen hat, außerhalb der Kryptowelt sich mit anderen Unternehmen zu verbinden. Wir haben hier zum Beispiel DLA Piper und das ist ein Unternehmen, das sich als Anwaltskanzlei positioniert hat. Mittlerweile über 40 verschiedene Länder, die dort eben ein Büro von dem Unternehmen haben. Und wir sprechen zum Beispiel von einem Jahresumsatz im Jahr 2019 von 3,11 Milliarden US-Dollar. Auch weit über 8000 verschiedene Rechtsanwälte, die in diesem Unternehmen arbeiten. Und auch hier kommt Hedera Hashgraph zum Wirken. Denn sie setzen sich mit der Technologie für Tokenisierung von Immobilien und Kunst eben ein. Und bringen hier das entsprechende Wissen und Know-how direkt mit zum Unternehmen in einer wunderbaren Partnerschaft. Außerdem gibt es hier zum Beispiel Avery Dennison und zwar ebenfalls ein ziemlich großes Unternehmen. Sie sind eben auch im S&P 500 zum Beispiel gelistet, machen hier einen Jahresumsatz von ungefähr 6 Milliarden US-Dollar, haben 25.000 Mitarbeiter und stellen vor allem Aufkleber her. Dafür sind sie extrem bekannt und das Unternehmen nutzt die DLT-Technologie von Hedera, um verteilte Barcodes zu erstellen. Und so können Milliarden von gefertigten Produkten verfolgt werden. Andere Unternehmen sind bereits mit Hedera Hashgraph eine Partnerschaft eingegangen, wie zum Beispiel IBM, Ubisoft oder auch ServiceNow. Also du siehst, die Produktpalette ist riesig. Das sind jetzt große und konventionelle Unternehmen in Anführungsstrichen. Aber es gibt zum Beispiel auch Corp Stage. Und Corp Stage ist eine Plattform für überprüfbare und auditierbare ESG-Berichte. Diese ganzen Synergie-Effekte, die gerade in der realen Welt eben stattfinden, die jetzt gerade schon funktionieren, die gerade angewandt werden von wirklich großen Kalibern, die sollten doch dazu führen, dass Hedera Hashgraph in Zukunft auch eine entsprechende Ready einleitet. Und ich glaube, hier haben wir genau das Problem. Wir haben nämlich bereits reelle Anwendungen, sehen aber keine Preisreaktionen. Und genau das ist sicherlich ein Thema, was wir uns in Zukunft auch weiterhin angucken sollten. Trotzdem ist alleine aufgrund dieser massiven Partnerschaften und aufgrund dieser technologischen Fortschritte Hedera sicherlich eine sehr, sehr spannende Investition. Denn mittlerweile, und das kannst du dir selber ausrechnen, sind natürlich 6 Cent deutlich weniger als 50 Cent. Und Hedera hat meiner Meinung nach eben auch das Potenzial, in einem richtigen Bullrun das alte All-Time-High richtig zu pulverisieren. Ob das passiert, in welcher Form das passiert und so weiter, das werden wir dann natürlich herausfinden. Für mich stellt Hedera aber eben auch eine spannende Investitionsmöglichkeit dar. Von daher kannst du dir zum Beispiel deine H-Bar-Coins auf Bitwavo organisieren. Warum Bitwavo? Das ist die regulierte Plattform aus den Niederlanden. Und mit der Anmeldung und Verifizierung bekommst du direkt erstmal noch einen 10 Euro Willkommensbonus. Damit kannst du dir also schon einige H-Bar zusammensparen oder zusammensammeln. Wenn H-Bar für dich nicht interessant sein sollte, dann gibt es glücklicherweise über 175 andere Kryptowährungen, weit über eine Million aktiver Nutzer und natürlich die niedrigsten Gebühren. Außerdem ist auch Staking bereits freigeschaltet, wodurch du also auch passives Einkommen generieren kannst. Melde dich gerne über den ersten Link in der Videobeschreibung an, guck dir die Plattform in Ruhe an, teste sie und vielleicht überzeugt sie sich genauso, wie sie mich überzeugt hat. Mich würde an der Stelle natürlich noch deine Meinung zu H-Bar interessieren. Glaubst du, das Projekt hat Zukunft und ist tatsächlich ein schlafener Riese? Oder siehst du das komplett anders? Dann schreib es gerne unten in die Kommentare. Ansonsten hoffe ich natürlich, dass dir dieses kurze und informative Video gefallen hat. Sollte es dir gefallen haben, dann würde ich mich darüber freuen, wenn du auch morgen wieder mit einschaltest. Ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderbaren Tag und wir sehen uns morgen wieder.